Und so, und so. Mal gucken. Wo ist die Treppe hin? Ne, hat sich nicht gelöst. Ja, und dann können wir hier noch so passive Dinger dran machen. Passiv sind die auch nicht wirklich. Ach, mach mal die ganzen 5. Da haben wir noch ein bisschen was bei. Passiv ist anders. Aktiv aber auch. So, dann gehen wir mal hier hin. Und machen das vielleicht noch so. Weiß nicht. Ist okay. Also, ich meine, für so einen Bergeingang ist ja nur ein Bergeingang. Fällt mir jetzt auch nichts Kreativeres für einen. Und ich muss mal überlegen, wo ich überall Neverfeuer setze. Weil die Idee habe ich noch nicht aufgegeben, das hier ein bisschen mit Never auszustalten. Also mit Neverrex. Der grundsätzliche Plan dafür existiert, glaube ich, noch, wenn ich das mal so formulieren darf. Ja, ich könnte es jetzt auch langsamer herabführen. Aber wäre jetzt auch blöd. Das ist ja auch schon wieder doof eigentlich, wenn wir das so machen. Ist auch doof. Auch doof. Irgendwo hast du halt eine scharfe Schrauffekante. Ohne die geht es auch nicht. Ich wollte jetzt nur hier so andeuten, dass man sowas hier macht. Dann könnte man ja jetzt hier, hier und hier so eine Fackel drauf setzen. Und hier einfach mal wieder so ein bisschen runter gehen. Fallen auch, aber primär gehen. Und sekundär sich wundern, was man hier schon wieder gebaut hat. So. Ja. Ist jetzt nicht so prall. Ging schon bessert. Also. Mal gucken. Ja. 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 Bisschen weit zu essen. Also malica. gonna Typen über 굉장히... Auf die Hüfte. So. die beleuchtung bringt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel das ist mir auch glaube ich schon klar ansatzweise zumindest aber ein bisschen was bringt es erst mal das creeperloch stopfen um dann hier sanft auch nach unten zu kommen siehst du findet sich doch immer was man hier machen kann irgendwann muss hier mal wieder zum haupthaus gehen glaube ich nicht die düste idee die ich in den letzten fünf minuten hatte aber vielleicht doch schon mit unter den dümmeren vielleicht weiß ich nicht so da haben wir hier so eine ebene und weil genau hier gibt es nämlich dann noch mal scheiße weit runter hier ist nicht so eine höhle da wenn ich eigentlich dran vorbei laufen können so irgendwie ein bisschen könnte ich aus lebe die slap slabs liegen ich das hier irgendwie so machen wir hier drauf noch so einen zaun setzen hier noch die erde raus können wir hier noch sowas setzen und dann noch so und dann noch so hast du auch wieder die möglichkeit hier einfach mal so ein bisschen licht ins dunkel zu bringen und hier an der wand ja so ein ding ich bin mir unsicher na mal gucken wenn wir das hier so kabeln ja so komplett kabeln dann sieht es jetzt auch schon wieder nun ja jetzt sieht auf jeden fall irgendwie aus das ist auf jeden fall hier hübsch so mit dem übergang geht es hier so hoch ja hier könnte man jetzt auch natürlich so fackeln stellen das wäre schon mal was ist nicht ganz so ja und das hier ebnen wir ein das reicht als höher ich werde schon wieder sehr leise ja alles wieder machbar ich glaube ich werde diesmal nicht so viel nachbearbeiten habe ich schon erwähnt habe ich schon erwähnt ja das war beim letzten mal das hat so ewig gerendert kann ich gar nicht vorstellen ja dann gehen wir mal wieder nach oben ja ich würde ich das war erstIFlight wir sollten mal im für mich ja wie das war welch wird das war les제를 es weiter assiste einfach mal liegen lassen. Bei Cola habe ich echt viel gefunden bei meiner bei meiner Aktion hier. Ab dem Fels hier auf der Seite will ich nicht unbedingt noch sehen. Gravel muss auch nicht unbedingt sein. Na, verdammt. La, la, la. Und die Shift-Taste überschwert sich. Crunch, crunch, crunch. Haben wir jetzt immer nur das gleiche Album? Das hatten wir auch erst vor kurzem. Oder was passiert hier? Nein, tun wir nicht. Glaube ich. Achtet mal ein bisschen mit drauf und unterstützt mich tatkräftig bitte. Ach, die kann ich ja raushauen. Die sind sowieso keine. Aber ich könnte es irgendwie anders machen. Na, ich könnte doch hier so Stützen einbauen. Mach die hier noch weg. Mach die noch raus. Das ist alles ein bisschen erdiger. Gestalten wir es erdiger. So. So die so, weil die weil. Weil und so. Hier unten könnte man ja auch noch was reinbauen. Bietet sich ja quasi schon so an. Bietet sich Pfeil. Pfeil bieten. Kommt das wirklich vom Pfeil und Bogen? Fragen mal Fragen. Fragen wir doch den aktuellen Thesaurus. Oder so. Ne, das ist symmetrisch sogar. Mann. Symmetrie, meine Freunde. Symmetrie ist erreicht. Nicht. Das habe ich hier alles nur frei. Irgendwann besteht meine ganze Karte immer aus Cobblestones. Habe ich so das Gefühl. Aber es ist nur so ein Gefühl, was mich hin und wieder beschleicht. Schleich mich gefühlt. Können wir das hier vielleicht noch kabeln? Eigentlich. Naja, sonst verbindet er sich wieder mit nichts. Nehmen wir den Kabel hier wieder raus. Hier vielleicht auch. Da vielleicht. Da kommt die Erde raus. Und da kommt noch Kabel hin. Kabel, Kabel, Kabel. So. Dann ist der natürlich hier auch prädestiniert, um zu verschwinden und wieder neu aufzuerstehen als Kabel. Und da kommt noch Kabel. Und da kommt noch Kabel. Ja. Da. 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 Da.